Ich habe etwas herausgefunden. Niemand weiß es. Und wer es weiß, schweigt darüber. Aus Verleger-Sicht ist Kaminski ein ungehobener Schatz. Es gibt keine aktuelle Biografie. Are you Kaminski, the blind painter? Yes! Kaminski war gar nicht blind. Zumindest nicht damals, als er damit berühmt wurde. Alles Lüge. Diese Biografie wird ein Riesenerfolg. Da rollt ein Kaminski-Zunahme auf uns zu. Er muss natürlich noch sterben. Haben Sie denn Kaminskis Einverständnis? Kein Problem. Wie kommst du Kaminski? Ich bin kein Tourist. Ich bin sein Biograf. Sie sind mein Biograf? Vor allem werden Sie mit mir arbeiten. Mein Vater braucht Ruhe. Davon wird er wohl bald genug haben. Natürlich ist Ihr Vater die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Wie kommen Sie voran? Großartig. Jeder sagt was anderes. Alle widersprechen sich. Nichts passt zusammen. Entschuldigung. Sebastian Zöllner. Allein mit dem größten Maler der Welt. Einen der Größten. Einen Großen. Ich und Kaminski. Es ist seltsam, Sie in meinem Leben zu wissen. Seltsam und nicht angenehm. Die Blinde-Serie. Sie sind berühmt. Berühmt sein heißt, jemanden wie mich zu haben. Können wir über Therese Lessing sprechen? Sie lebt. Wir fahren hin. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Warum nicht? Das ist Manuel Kaminski. Der lebt doch nicht mehr. Wenn ich mich nicht bald setzen kann, dann stimmt das. Zoller! Willkommen. Ich habe das Gefühl, die Stadt in meiner Vergangenheit sind wie in Ihrer gerade. Du hast gesagt, dass ich noch eine Chance hätte. Wie meinst du denn das? Frag ihn. Er ist der erste Mensch, den ich kenne, der dich scheinbar mag. Mir ist alles egal. Ich will nur nicht, dass er stoppt. Das wollen Sie erreichen. In Ihrem Leben. Äh, kann es nicht gehen. Ja, äh, Klaminski. So müsste man malen können. Ich habe die Zukunft in einer Garage erfunden. Künstler heben die Welt aus den Angeln. Mein Mitläufer heben nur die Hände. Sie feuern mich, oder? Seien Sie nicht albern. Ich setze mich in die Mitte und sehe zu, wie Sie sich selbst feuern.